Sinnlos? Geschrieben zu Hamburg am 19. November 2007 Wir haben an dieses und noch mehr an jenes gedacht. Stritten um den Wert der Wahrheit, den Wert der Macht. Wie manch Volksvertreter sich darin wiegt um den Wert, der vielleicht nur in der Beherrschung der Macht liegt. Stritten wie wir die Welt verändern und uns selbst noch mehr unser Gegenüber. Stritten gegen das Für und für das Wider. Auf der Suche nach der wahren Demokratie. Auf der Suche nach Glück und Harmonie. Nur Unverständnis und Kopflosigkeit? Nur Verzagtheit, Furcht und Befangenheit? Die falschen Gesprächspartner? Es bleiben Fragen. Wer interpretiert uns unsere Unsicherheit? Wer erklärt uns unsere Zerrissenheit? Wer stopft die Löcher, die es in unsere Gedanken reißt? Wer lindert die Qualen, wenn es sich in die Seele beißt? Warum gibt es so wenig Halt? Warum ist die Welt oft so kalt?